So, ich heiße euch wieder willkommen. Ich denke mal, in diesem Video habe ich mich besser können. Ich möchte euch erklären, wie ihr diese LEDs auf eurem Lenkrad aktivieren könnt. G27 und G29, ich denke mal, für viele weitere wird das auch so sein. Bei manchen Spielen wie Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator, da ist das einfach nicht aktiviert. Das kann man mit einem kleinen Tool, was auch völlig kostenfrei ist, kann man das aktivieren. Und zwar müsst ihr dazu einmal diese Seite hier aufrufen. FunalHeads.com, hier oben im Download-Bereich, oder hier kriegt ihr jetzt die aktuellste Version, die 2.4n. Diese laden wir einmal runter, das habe ich schon getan. Und starten diese mal. Und dann installieren wir das Ganze einfach mal. Stimmt zu, bla bla, Installationspfad, hier unten rechts. Das ist jetzt auch mein zweites Monitor, da findet ihr so ein kleines raus, F. Das ist das Logo, findet ihr. Dann klickt ihr einmal doppelt mit der Maustaste drauf. Dann kommt einmal dieses ganze Fenster. Das sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus. Das ist aber total easy. Wir möchten jetzt erst mal, dass die Spiele automatisch erkannt werden, dass die Spiele automatisch erkannt werden. Das haben die nämlich verbessert. Jetzt möchten sie sich die installierte Spiele im Dateifahrt suchen, drücken wir einfach auf Ja. Gehen wir hier drauf. Und dann habe ich hier meine ganzen Spiele drin. Dann sucht er das mal. Jetzt fragt er mich, möchten sie für American Truck Simulator die Einstellungen speichern? Ja, nein, bla bla. Natürlich. Und nochmal, jetzt Euro Truck Simulator 2. Ja, ja. So, alles drin. Project Cars. Braucht es nicht, hat es automatisch. Aber okay. So, fertig mit Suchen. Blablabla. Möchten sie doch einen anderen Ordner durchsuchen? Habt ihr noch irgendwo einen anderen Ordner, wo ihr Spiele drin habt? Äh, nein. Der Ordner, den ich genommen habe, das war mein Steam Ordner. Jetzt hat er hier auch schon mal den grad erkannt. Das Logitech G29. Und ähm, jetzt haben wir das automatisch hinzugefügt. Ihr seht, ja, wenn ihr jetzt mehrere Controller oder Lenkräder habt, die da Optionen haben, mit den LEDs. Jetzt müssen wir einmal hier in den Car Settings rein. Das erkläre ich euch mal. Das sieht jetzt so ein bisschen krass aus. Jetzt haben wir hier eine Datei. Textdatei. Ich muss mal hier rüber. Ich werde euch das auch alles in der Beschreibung noch reinschreiben, dass ihr das vielleicht kopieren könnt. So, jetzt müsst ihr hier euren LKW benennen. Was weiß ich. Canvas oder Scania, was weiß ich. So, RPM First, Second, blablabla. Jetzt ist folgendes. Hier müsst ihr den LKW-Namen geben. Und das RPM First, das heißt Umdrehungen für die ersten LEDs. Also, das geht darum, wenn ihr jetzt hier die ersten LEDs anhaben wollt, also die beiden grünen, dann wäre das First, das wäre Second, die Orangenen. Und die Roten in der Mitte, das wäre Third, also das Letzte. Dann müssen wir das einmal eingeben. Hier kommt dann der Name rein. Und dann kommt hier die 1000 rein. Das ist halt meine Werte, die ich da eingegeben habe. Und ich finde die eigentlich ganz okay. Genau, jetzt Third. Genau, und dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn das blinken soll, meine ich, ist das, das ist Last. Dann habe ich da nicht 22,30 genommen. Irgendwie falsch, aber ich denke mal, wenn zum Blinken, das ist halt der optimale Schaltpunkt. Und dann müsst ihr drauf achten, wie viele Gänge euer Fahrzeug hat. Dazu zählen aber nur die Vorwärtsgänge. Es gibt ja 6, 12 oder 24, je nachdem. Und dann müsst ihr euch das jeweils anpassen. Wenn ihr jetzt 12 Gänge habt, müsst ihr 12 eingeben, damit das das auch schnallt. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann speichert ihr das Ganze und dann schließt ihr das einfach. Und dann habt ihr hier zum Beispiel eure Profile. Da könnt ihr halt auch mit den Car-Settings, das könnt ihr dann hier speichern. Je nachdem, mit der 1000 Spiele, wie ihr hier seht. So, Flash Indicator to Upshift. Das ist dann halt, dass es blinken soll zum Hochschalten. Und das ist eigentlich easy. Könnt ihr noch so andere Sachen machen. Full Flash, Blablabla, Pit Limiter. Das sind alles so Spielereien. So, ich denke mal oder ich hoffe mal, dass ich euch helfen konnte. Das kopiere ich hier euch alles da rein. Genauso wie den Link, wo ihr das herunterladen könnt. Alles auf Englisch. Der Support ist auch auf Englisch. Solange euer Lenkrad funktioniert und die Dioden alle gängig sind. Wenn ihr den Rechner hoch fährt, dann alles funktioniert. Dann soll es eigentlich kein Problem sein. Also nur die Einstellung ist eigentlich das, was das Schwierige ist. So, ich wünsche euch noch viel Spaß dabei. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach schreiben in den Kommentaren. Lasst ein Like oder ein Abo. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.